So, zack! Komm schon! Wir haben aber keine Zeit! Der Game Over war unnötig, weil das ist so eine leichte... ...wieso quälst du mich, Mario? Warum? Warte doch einfach! Ich will nicht warten! Doch, du wartest! Nein! Oh, Mario! Hör auf, mich zum Nonsens zu quälen! Du wartest jetzt... Hm, hm, hm! Ich weiß, du wirst schnell zum Boss, du wirst schnell zum... Ich glaube, das ist Lemmy, oder? Das müsste Lemmy Cooper sein! Ja, aber... ...Killing Spree! Und da geht er da... und dann muss ich hier hoch und hier hoch und hier hoch und da hoch und schnell und dann so und dann warten und dann hopp und hopp! Und den töten, also hier so kaputthauen und dann hier so warten... Und dann down, bounce, dann geht er down... Up, up, up! Up, up, up! Up, up! Pfff... Nee, jetzt... Ich will da hoch! Ich lass mich da hoch! Ja, vor allem... dieser... Pus... Komm auch raus... Ja... Weder... Weder mein... Eigentum... Ja, das müsste nur Dings gewesen sein... Ach, dem Lack... Lock ihn zur Mitte... Jetzt kannst du's noch... Und... Ja... Ja... Wuhu... Mh 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 mh... Buh da ba 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 ba... Mh mh... Komm... Ja... Ich hab wieder ein Allgeretter, das mit mir redet... Und Bernd... Und Bernd... Und Bernd... Ja... Darf ich weiterspielen? Dann... Das ist ne Piet ist ne anderen Karsten... Nämlich ne Vanillatom... Komm schon... Mach ihn her... Warum... Spitz... Mach's zu tun... Ah, endlich... Das hat ganz lange gedauert, ey... Bleh... Ich muss sie nochmal zurück, Kaldo... Continue and save... Und... Und... Das ist weg, glaube ich... Start... Er... Start... Wies... 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 Achso... Hm... Ich weiß, wie's wieder ging dann... Ja... Ach, was... Hier... Das Haus, das alle... Gerne haben... Das Geisterhaus... Und durch... Oha... Pivi... Oha... Mann... Puh... 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 Ach... Na... Da war die... Dürmer blum... Puh... 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 Ah... Ich glaube... Die Tür... Puh... Non-sins. Ich kann doch... Ha! Ja genau, so war das. Hihi, ich hab ausgedrückt das Spiel. Ja... Das Geisterhaus durch, endlich! Nach anfänglichen Versuchen. Komm weiter. Nächstes Level. Ich hab noch 2 Level vor mir. Continue and save, komm weiter. Dort da rein. Nämlich... Donut Secret 2. Das hab ich noch vor mir. Das ist so eklig. Neue Limpanzer. Oh, scheiße. Ne egal. Das ist mir so egal jetzt eigentlich. Ich muss ihn nur durch. Ich will nur durch. Ich will nichts einsam. Ich will das scheiß Level durch haben, weil das extrem dumm ist. Ich will nicht, dass ich hier rein kann. Ja. So. Hier kann ich rein. Yoshi! Ich hab ich Yoshi verloren. Egal. Ich brauche Yoshi jetzt erstmal eh nicht. Nein! Ja. Nein! Da war das Ziel! Da war das Ziel! Nein! 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 In deinem Leben schon wieder. Das gibt's doch nicht. Doch! Nein! Ich kick! Oh! Nee! Leute. Ja. Leute. Ich mach hier noch das Wasser Level. Einen Donuts Secret 2. Mach ich. Am Ende. Zum Schluss. Weil... Habt ihr gesehen, warum. Okay, Nerv. Eis Level. Nicht gut. Nicht gut für meine Nerven. Was soll das nur werden, wenn ich noch schon... Hier, am Anfang schon verkacke und dann noch eine Sternwild, ey. Was dann eine Sternwild passiert? Oder die anderen? Oh! Oh! Was soll das nur werden, wenn ich noch schon... Was? Wann sind's? Komm! Danke! Das wollte ich gar nicht. Pfff... Ich bin einfach nur durch. Einfach nur durch! Nein! Großraumziel! Ich meine, ihr habt das alle gesehen, ich... Ich bin doch noch ein... Gott! Ich darf kein Jump'n'Run spielen, ey! Warum spiele ich denn nur dieses Spiel? Oh Gott! Oh... 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 Ja... Das frage ich mich auch... Es ist so... Guckt euch das an! Habt ihr das gesehen? Ich hab' ihn getroffen, eigentlich! Ich hab' ihn getroffen! Ich hab' ihn getroffen! Das... Jetzt reicht's! Durch! Wege durch! Lass mich durch! Danke! So... Hier muss die versteckte Hirschi-Münze! Runter, 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 runter! Das ist hier! Zieh! Ja! Oh Gott! Oh Gott! Das ist das... So... Jetzt muss ich nur noch speichern! Du musst dir hier auf den Platz nehmen... Du gibst einen Pilz ... ... und eine Blume, ... ... und jetzt wurde das Wohnung. Du gehst in das Geisterhaus. Du machst das normale. Und dann bist du für heute fertig, weil, wie gesagt, Donut Secret 2... Oh Gott, was ich mache? Ich renne noch nicht. Ah! Donut Secret 2 mache ich dann am Ende. Am Ende des Spiels habe ich jetzt echt keinen Nerv. Es ist so gut wie vorbei. Ich bin... durch für heute, ey. Ich gehe, glaube ich, gleich noch mal eine Runde Beat, das ist aufregend. Aber, wow. Leute. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Falls ihr ja, bitte abonnieren, bitte kommentieren, bitte gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.